Im Oktober letzten Jahres hat Jakob Grün um die Hand von Maxime Reuker angehalten. Die Hochzeit rückt immer näher und jetzt auch ein Must-Have für die beiden, nämlich ein Ehevertrag. Also der Ehevertrag tritt dann erst in Kraft, wenn man sich halt scheiden lässt. Und das ist für uns einfach nur so ein rein erwachsenes, vorsorgliches Ding. Wir gehen natürlich beide davon aus, dass der niemals in Kraft treten wird. Aber wenn halt irgendwas jemals passieren sollte, dann hat man es einfach vorher geregelt und das finde ich sehr vernünftig.